Hallo, ich stelle euch den Optimizing-Buch-Tipp der Woche vor und das ist Das Rice-Profil von Stephen Rice. Das Rice-Profil von Stephen Rice. Das ganze Buch ist ein Prinzip, wo es darum geht zu identifizieren, was sind die Motivationen hinter Menschen. Stephen Rice hat erforscht, dass es 16 Motivationsprofile gibt und darin erklärt er die 16 verschiedenen Motivationstypen und wie du sie identifizierst. Wenn du dich selbst identifizierst, weißt du, wie du dich selbst besser motivieren kannst, aber vor allem, wenn du deine Mitarbeiter identifizierst oder deine Kunden, kannst du auch feststellen, was sie motiviert und antreibt, mehr Leistung zu bringen. Unsere Empfehlung daher von Stephen Rice, das Rice-Profil. Ich freue mich riesig, wenn dir dieses Video weitergeholfen hat. Hast du eine Frage, schreib sie uns gerne in die Kommentare und like unser Video. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren und da unten kommst du zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao!